Warum dankt Amanda Seyfried Gott für Kate Upton? Ein kürzliches Interview könnte das aufklären. In der neuesten Ausgabe von L.U.K. sprach Amanda über ihre Figur. Sie sagte, dass sie viel Druck von Hollywood spürt, immer so dünn wie ein Laufstegmodel zu sein. Sie muss ständig darüber nachdenken, was sie mit ihrem Körper anstellt. Des Weiteren sagte sie, ich muss nicht so aussehen wie ein Supermodel und ich brauche auch nicht solche Bauchmuskeln. Aber wir sind darauf programmiert, so etwas zu mögen und mir geht es genauso. Amanda hat eine klasse Figur, aber als es um Kate Upton ging, kam sie ins Schwärmen. Sie sagte, Kate Upton ist ein Supermodel mit Kurven und ein neues Schönheitsideal. Gott sei Dank. Also Amanda ist ebenfalls ein Fan von Kate Uptons Kurven. Und wir müssen zugeben, wir sind es auch.